Bei den am gesamten Wochenende stattfindenden Triathlon-Weltmeisterschaften konnte in der Kategorie Elite Supersprint die Französin Cassandre Bourgron bei den Frauen das Rennen für sich entscheiden. Hinter Beth Potter aus Großbritannien landete die deutsche Triathletin Laura Lindemann auf Platz 3. Bei den Herren reichte es für keinen Deutschen auf das Podium. Gewinner wurde der Neuseeländer Hayden Wild. Das Sportevent hatte in der Innenstadt für mehrere Straßensperrungen gesorgt.